Muss ich wirklich diesen Merkel-Lappen anziehen? Drückt mir lieber ein Kissen ins Gesicht, dann ersticke ich wenigstens mit Würde. Benz Freundin sagt, wir sind Risikogruppe und du weißt, was wir ihnen versprochen haben. Ich hab einen Attest, bitte. Wir wissen beide, dass du dir den aus dem Internet ausgedruckt hast. Das sind sie. Ich wünsch mir zu Weihnachten einen Impfstoff, einen Glas. Komm ihr Pharma-Mafios, es gibt mal richtig Gas. Richtig Gas. Millionen von Impfdosen, Reibach, großer Kostgewinn. Es fließen die Milliarden, unser Wohlstand rennt dahin, rennt dahin. Weihnachten, ja Weihnachten steht vor der Tür. Du kommst nicht zu mir und ich komm nicht zu dir. Du kommst nicht zu mir und ich komm nicht zu dir. Der Lockdown, ja der Lockdown, ja der Lockdown, er steht vor der Tür, der Tür. Lockdown, hier im Lockdown, ich komm nicht zu dir. Lockdown, verdammter Lockdown, du kommst nicht zu mir. Ein Impfzwang wird's nicht geben, ja so kräht der blöde Hahn. Wie ein Spalldoktor Mengele setzt man die Spritze an. Spritze an. Hast du keinen Impfstoff, weiß, dann wirst du einsam sein. Ungämpft, stigmatisiert, man lässt dich nirgends rein, nirgends rein. Weihnachten, ja Weihnachten steht vor der Tür. Du kommst nicht zu mir und ich komm nicht zu dir. Du kommst nicht zu mir und ich komm nicht zu dir. Der Lockdown, ja der Lockdown, ja der Lockdown, er steht vor der Tür, der Tür. Lockdown, hier im Lockdown, ich komm nicht zu dir. Lockdown, verdammter Lockdown, du kommst nicht zu mir. Lockdown, verdammter Lockdown, du kommst nicht zu mir. Lockdown, nur noch Zensur. Lockdown, du kommst nicht zu mir. 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 Bis zum nächsten Mal.